Weiße Pfisten und feiner Pulverschnee. Michi schwingt auf seinen zwei Brettern zufrieden den Berg hinab. Doch eines beschäftigt ihn. Wie ist es möglich, ein Skigebiet so zu betreiben? Das muss doch Unmengen an Energie und Geld kosten. Gerade in Spitzenzeiten. Genau das haben wir von der Salzburg AG mit den Skigebietsbetreibern auch gedacht und das Forschungsprojekt Clean Energy for Tourism gegründet. Unser Ziel? Eine effiziente und flexible Energiemanagementlösung für Skigebiete. Und wie? Betreiber von Skigebieten, Technologieanbieter und die Salzburg AG arbeiten daran, vorhandene Infrastrukturen und regenerative Energiequellen möglichst effizient zu nutzen und miteinander zu verbinden. Damit können Skigebiete smart betrieben und gleichzeitig auch das Stromnetz optimiert werden. Lastspitzen sind durch diese integrative Technologie leichter zu bewältigen. Zum Beispiel eine Schneekanone produziert dann nicht einfach nur, sobald die Temperaturen porzeln. Dank Clean Energy for Tourism weiß die Schneekanone genau, wann der beste und effizienteste Zeitpunkt ist, um zu beschneiden. Energie dafür wird aus den vorhandenen Quellen oder aus Wasserspeichern, die in niedrigeren Bedarfszeiten Strom produzieren und speichern, bezogen. Auch die Gondeln werden smart. Sie beziehen ihre Energie aus der PV-Anlage in der Liftstation. Sollte zu viel Energie vorhanden sein, kann diese in das Stromnetz eingespeist oder auch virtuell für später gespeichert werden. Die Betreiber der Skigebiete können so die eigene Energieautonomie erhöhen und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wintertourismus beitragen. Und sie können sicherstellen, dass wir auch in Zukunft auf weißen Pisten ins Tal schwingen können. So wie unser Michi. Wir von der Salzburg AG sind stolz darauf, das Leben noch nachhaltiger, vernetzter und komfortabler zu gestalten und mit unseren Partnern Impulsgeber für Innovation und Digitalisierung zu sein.